Und dasselbe nochmal mit dem anderen Kollegen. Den muss ich jetzt also erstmal beobachten. Sollte ich vielleicht nochmal rausgehen? Ich könnte warten, bis da wieder... Oh, warte mal, da hinten gibt's ja einen Weg. Jetzt bewegt er sich hier aber blöderweise. Oh Gott. Warum läuft jetzt auf einmal hier hin, ey? Oh. Blöderweise ist mein Inventar voll. Wenn der Segsumstande aus widersprechen sollte, legen Sie bitte Beschwörer ein. Zum Glück sind die Typen anscheinend blind. Weil der hat mich einfach nur ganz schön krass übersehen. So, perfekt. Dann haben wir das jetzt wunderbar geregelt. Die haben mich kein einziges Mal gesehen. Sie hat mich vielleicht fast bemerkt, aber sie haben mich nicht gesehen. Ich höre, was alienhaft ist. Oh, hallo. Autsch. Oh, nein. Ähm, ja, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich ein kleines Problem. Ne, warte mal, ich habe gar kein Problem. Die Typen sind so langsam. Ja, komm doch. Ja, komm doch. Hallo. Ja. Was machst du jetzt, hä? Ich habe seine KI zerstört. Jetzt muss ich ihm eigentlich nur mal aus dem Blickfeld. Und vielleicht vergisst er mich ja dann. Hallo, ist da jemand? Wenn mich jemand hören kann, wir brauchen Hilfe. Ich wiederhole, wir brauchen dringend Hilfe. Bitte um Antwort. Ich komme ja schon. Eieiei, der ist aber echt hartnäckig. Hallo, ist da jemand? Wenn mich jemand hören kann, wir brauchen Hilfe. Ich wiederhole, wir brauchen dringend Hilfe. Bitte um Antwort. Was nichts daran ändert, dass der Typ mich ganz schön nervt. Was mache ich jetzt am besten gegen den? Hallo, ist da jemand? Wenn mich jemand hören kann, wir brauchen Hilfe. Mein Revolver bringt mir nicht so viel. Die halten ganz schön was aus. Bitte um Antwort. Vielleicht kann ich ihm davonrennen und dann irgendwo mich verstecken. Hallo, ist da jemand? Wenn mich jemand hören kann, wir brauchen Hilfe. Ich wiederhole, wir brauchen dringend Hilfe. Ich brauche dringend Hilfe. EMP? Hehehehe. Roboter, ich habe eine EMP gefunden jetzt. Pass auf. Jetzt renne ich erstmal weg. Hallo, ist da jemand? Wenn mich jemand hören kann, wir brauchen Hilfe. Ich wiederhole, wir brauchen dringend Hilfe. Bitte um Antwort. Oh Gott. Ja, ich bin ganz schön gut im Bauen, hä? Sei froh, dass ich nicht alles hab und dann wäre ich wahrscheinlich eh nicht schnell genug gewesen. Wir brauchen Hilfe. Also hat mich die Tatsache, dass ich nicht alles hab, gerettet. Bitte um Antwort. Aber du wärst sowas von am Arsch. Sowas von. Und jetzt komm. Komm, folg mir. Komm, hier lang geht's. Bist du nicht schneller als ich, oder? Doch, du bist schneller als ich. Zumindest im Laufen. So. Dann rennen wir mal wieder zurück. Blöde Roboter, ey. Haben wir hier noch was? Oh, gerade Terminal. Wir brauchen Hilfe. Ich wiederhole. Genau. Dringend Hilfe. Bitte um Antwort. Bitte um Antwort. Bitte um Antwort. Jetzt hat er mich, glaub ich, nicht mehr, oder? Jetzt muss er mich verloren haben. Bindemittel. Ich hör das Alien hier immer. Oder zumindest irgendwas... Okay, vielleicht ist es auch irgendwas Stromhaftes. Aber es könnte auch das Alien sein. Es hört sich an wie so ein Schnattern. Wo ist er jetzt? Das ist jetzt natürlich... Ah! Er scheint weg zu sein. Beziehungsweise scheint es aufgegeben zu haben, weil jetzt kam die Aktualisierung von der Mission. Ein gutes Zeichen, wenn ich das mal so sagen darf. Trotzdem werde ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein müssen. Mal gucken, was wir hier noch haben. Oh Gott, da ist er. Der hat mich nicht gesehen. Hä? Ist der jetzt durchgelaufen und sieht mich nicht? Was für ein Idiot, ey. Naja, soll mir recht sein. Benutzen. Drücken Sie die passenden Tasten bewegen, wenn der Schaltkreis aktiv ist. Ach so, jetzt kapiere ich's. Ah. Jetzt. Komisches Ding, aber naja, okay. Nehmen wir's mal raff, das ist ganz okay. Richten Sie die Ventile mit nach links, nach rechts aus. Was zur Hölle? Ach so, man muss das oben und unten synchronisieren. Okay, okay. Was denn jetzt schon wieder? Aha. Ach so. Ach so. Man muss wahrscheinlich... Dass, äh, zwei, ähm... Weiße... Wenn die jetzt gerade so auf einer Linie sind, muss man Enter drücken, glaub ich. So. Ach so, man muss einfach so. Ich dachte, man müsste mehrere. Toll, so ist ja dann noch einfacher. Ich dachte, man müsste, wenn's mindestens zwei sind... Sie leben, Ripley hier. Ripley? Äh, Taylor, das ist Ripley. Wir haben uns Sorgen gemacht, wir... Ach, geschafft. Wo sind Sie? Wir sind jetzt bei einer Transitstation, direkt bei der Krankenstation. Okay. Samuels, passen Sie auf. Es ist hier nicht sicher. Sexton hat ja alles abgeriegelt. Ihre verdammten Androiden töten Menschen. Nicht möglich, das widerspricht Ihrer primären Programmierung. Ich hab's gesehen, Samuels. Sexton hat wohl andere Vorstellungen von Syntheten. Und hier ist noch etwas anderes. Eine Kreatur, sie ist groß und tödlich. Ripley, jetzt mal langsam. Eine... eine Kreatur? Eine Lebensform unbekannten Typs. Eine Art Alien-Organismus. Äußerst gefährlich. Sie und Taylor müssen sich... Ripley Taylor ist verletzt. Sie wurde während der Überfahrt von Trümmern getroffen. Wie schlimm. Ich kann sie nicht bewegen. Ich brauche medizinische Versorgung. Wir müssen die Verletzung behandeln und... Und die Torrance? Das Funkgerät ist hin. Ich erreiche Verlaine nicht. Wir sind auf uns gestellt. Scheiße. Okay. Ich komm zu Ihnen. Ich schicke Ihnen eine Transitgundel. Tja. Alles nicht so gut. Oh mein Gott. Bitte warten Sie auf einen Zings mit Anleiter. Wir können uns umgehen... Vielleicht hätte ich doch das, ähm... Dings... Deaktivieren sollen vorhin. Das Alarmsystem. Egal. Erstmal speichern. Dann kann mir nichts passieren. Ich mach das einfach schnell weg. Schnell, Siegsenbeilig. Hier drin findet mich je keiner. So. Hier haben wir nochmal Neuverkabelung. Ein Terminal. Vorgang nicht gestattet. Ich bin Teil des Teams, das mit der Abholung des Nostromo-Flugschreibers beauftragt wurde. Die sich in ihrem Besitz befindende Blackbox ist von höchster Wichtigkeit für Weyland-Yutani. Unter bestehenden Firmenabkommen müssen wir Sie darauf hinweisen, dass Sie weder seinen Inhalt zu lesen versuchen, noch jegliche Drittparteien auf seine Existenz aufmerksam machen sollten. Wir werden bald bei Ihnen sein. Nachfolgend sende ich eine Privatnachricht an Marshall Waits. Okay, dann können wir ja weitergehen. Bindemittel. Was fehlt uns hier denn jetzt noch? Eine Subkutane Impfpistole. Ganz viele Ladungspacks. Aber ich denke mal, die EMP-Mine dürfte den Roboter dann richtig einheizen. Also sollte ich mir das Zeug jetzt echt mal sparen für so eine. So. Wieder ein bisschen rumkriechen in irgendwelchen Schächten. Was ist denn eigentlich unsere aktuelle Aufgabe? Ja, wir müssen zurück. Heißt, wir müssen uns nochmal an den Roboter dann vorbeischleichen. Ähm, aber erst mal gucken. Oh mein Gott. Du bleibst schön da drin, habe ich gehört. Okay. Klappe halten, ich muss mich konzentrieren. Blöde Durchsage. Oh, was haben wir denn hier? Oh. Oh Gott, das will ich. Ich habe nicht schnell genug reagiert. Scheiße. Oh, und da bin ich tot. Das war jetzt etwas blöd. Dann, äh, ja. Muss ich das Volodöbel nochmal neu versuchen. Ähm. Schrott habe ich zu viel. War hier nicht noch irgendwas? Leuchtfackel. Bindermittel. Ähm, ja genau. Und dann bin ich hier durch. Den Weg werde ich schon wieder finden. Okay. Okay. Bindermitt. Okay. Es tut.